Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Ich grüße euch alle zu diesem Osterfest 2020, Corona hin oder her, heute feiern wir unseren Herrn Jesus. Und ich dachte mir, ich nutze die Predigt, um über ein Thema zu reden, das vielleicht auf den ersten Moment etwas merkwürdig klingt. Ich möchte nämlich über Mein bestes Argument gegen das Christentum reden. Das ist dann auch schon mal der Titel für die Predigt. Mein bestes Argument gegen das Christentum. Frage, wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Es geistert mir schon eine ganze Weile durch den Kopf. Spätestens seit einem Gespräch mit unserem Gemeindepraktikanten. Manche wissen, der wohnt bei uns. Und immer morgens nach dem Frühstück, da haben wir ein Ritual. Und es ist das Ritual, dass er mir Fragen zum Glauben stellen darf, die ihm gerade so durch den Kopf gehen. Und an einem Morgen, ich weiß nicht mehr genau wie, sind wir genau auf dieses Thema gekommen. Außerdem finde ich es total wichtig, dass man immer wieder auf eine ganz konstruktive Art hinterfragt, was man vorgibt zu glauben. Also wir reden doch als Christen davon, die Wahrheit gefunden zu haben. Wenn das, woran ich glaube, also wahr ist, dann muss ich doch eigentlich gar keine Angst haben, mich mit dieser Wahrheit kritisch auseinanderzusetzen. Was wahr ist, das bleibt auch dann wahr, wenn ich es hinterfrage. Klar, dass es beim Hinterfragen Regeln gibt. Ja, schon der Prediger, also Salomo kann formulieren in Prediger 1, Vers 15, gekrümmtes kann nicht gerade werden und fehlendes kann nicht gezählt werden. Also es gibt manches Krumme im Leben, das ich einfach nicht verstehen kann, weil mir mal eben die Fakten fehlen. Ja, deswegen auch dieser zweite Teil, was fehlt, kann nicht gezählt werden. Es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen meines Verstehens. Aber innerhalb meiner Grenzen kritisch zu denken, das empfinde ich persönlich als ein absolutes Vorrecht. Und es ist in meinen Augen ein Vorrecht von Christen. Weit davon entfernt, meinen Verstand mit meiner Bekehrung zu Jesus abgegeben zu haben, empfinde ich rückblickend meine Bekehrung immer mehr als eine intellektuelle Befreiung. Weil, und jetzt wird es einen kleinen Tick kompliziert, weil erkenntnistheoretisch die Qualität der Glaubensbasis meines Denkens über die Qualität meiner Denkergebnisse entscheidet. Oder etwas einfacher, je näher meine Denkannahmen an der Realität sind, desto zuverlässiger sind die daraus abgeleiteten logischen Schlüsse. Und noch einfacher, wenn du einen hohen Turm bauen willst, aus Bauklötzen, dann schau, dass das Fundament gerade ist. Sonst kommst du nicht weit. Aber das ist alles heute nicht Thema. Unser Thema heute lautet, was ist mein bestes Argument gegen das Christentum? Also wenn man jetzt raten müsste, dann gibt es bei den grundsätzlichen Einwänden gegen das Christentum vier. Die kommen immer wieder. Da ist einmal Naturwissenschaft, dann Kirche, dann Leid und dann Wunder. Und ihr ahnt schon, dass ich mit diesen vier Themen kein wirkliches Problem habe. Ja, es sind die vier Themen, mit denen muss sich eigentlich jeder auseinandersetzen, der sich zu Jesus bekehrt. Ich glaube sogar, man kann nicht ein Leben mit Jesus und für Jesus anfangen, ohne diese vier vermeintlichen Einwände gegen das Christentum für sich gelöst, wenigstens mal entschärft zu haben. Und deswegen möchte ich sie mal kurz anschauen. Ja, ganz kurz durchgehen. Fangen wir mit dem ersten an, Naturwissenschaft. Das Thema Naturwissenschaft liegt mir natürlich super nahe. Ich habe mich während meines Biochemiestudiums bekehrt. Und das dazu noch in den 80er Jahren. Heute ist Evolution in meinen Augen als Theorie tot. Ich meine, das klingt hart. Und manch einer mag mir jetzt an der Stelle vehement widersprechen. Aber wenn sich schon Atheisten von dieser Theorie verabschieden, weil sie erstens wichtige Aspekte der Entwicklung von Lebewesen einfach mal ignoriert, weil sie zweitens willkürlich ohne empirische Basis die natürliche Selektion zur einzigen Triebkraft für die Höheentwicklung von Arten erklärt hat und weil sie drittens mal eben die Ergebnisse der Genomsequenzierung der letzten 20 Jahre weitgehend ignoriert, dann fällt es mir heute wirklich super leicht, nicht an Evolution, sondern an Schöpfung zu glauben. Also mit jedem Genom, mit jedem kompletten Erbgut eines Lebewesens, das heute entschlüsselt wird, stellen wir ein ums andere Mal fest, dass jedes Geschöpf nach seiner Art geschaffen ist. Willkommen im ersten Buch Mose. Aber als ich zum Glauben kam, wusste man das noch nicht. Evolution ohne Gott. Das war der unangefochtene Platzhirsch. Warum war trotzdem naturwissenschaftliches Denken für mich kein Hindernis für meine Bekehrung? Warum kein Argument gegen das Christentum? Antwort, weil es beim naturwissenschaftlichen Denken nicht um Wahrheit geht. Es geht nicht um Wahrheit, sondern es geht um die Interpretation von Fakten. Und zwar, und jetzt wird es spannend, im Licht einer persönlichen Vorannahme. Es ist ganz wichtig, dass man das versteht. Erst kommt, und zwar immer, der Glaube oder allgemeiner eine Annahme, die nicht endgültig bewiesen werden kann. Und dann schaue ich im Licht dieser Annahme, letztlich meines Glaubens, die Fakten an. Super schönes Beispiel aus dem Jahr 2005. Mary Schweitzer von der North Carolina State University findet in einem versteinerten T-Rex-Oberschenkel, also Knochen, versteinert, und in diesem Oberschenkel findet sie, mehr oder weniger durch Zufall, das war nicht geplant. Sie findet dort Dinosaurier-Eiweiß. Jetzt weiß jeder, dass Eiweiß sich nicht 65 Millionen Jahre hält. Also wäre es jetzt an der Stelle nicht naheliegend, einfach nur, einfach super naheliegend davon auszugehen, dieser T-Rex ist vielleicht noch nicht so lange tot. Die Fakten sind klar. Es ist Eiweiß. Genau genommen Bindegewebe. Aber die Frage ist, wie beurteile ich diesen Fakt? Als jemand, wie ich, der an eine junge Erde glaubt und an Schöpfung, ich freue mich total darüber, weil ich mir denke, super, endlich mal ein Beweis dafür, dass dieser T-Rex hier noch nicht so lange tot sein kann. Weil wenn der so lange tot wäre, dann wäre da kein Eiweiß mehr. Also meine Glaubensbasis, Schöpfung, Gott, führt dazu, dass ich die Fakten nehme und sage, der ist einfach noch nicht so lange tot. Jetzt kommt Frau Dr. Schweitzer. Sie glaubt an Evolution und an 65 Millionen Jahre. Also muss sie auch im Rahmen ihrer Grundannahme diese Fakten beurteilen. Und sie muss jetzt formulieren, dass, naja, ganz einfach, sich Eiweiß eben so lange hält. Das hat sie auch getan. Und ihr merkt, es sind die Fakten nicht, die das Problem machen. Die Fakten machen an sich nicht das Ergebnis. Sondern die Fakten, die werden auf der Grundlage einer Vorannahme interpretiert. Und dann kommt das Ergebnis raus. Ich bin übrigens total gespannt, wie es mit diesem Zweig der Paläontologie noch weitergeht. Man hat nämlich seit 2005 noch viel mehr gefunden. Inzwischen findet man in versteinerten Dinosaurierknochen die interessantesten biologischen Überreste bis hin zu Blut- und Knochenzellen, DNA, RNA. Und das Ganze soll immer Millionen und Abermillionen Jahre alt sein. Willkommen in der Naturwissenschaft. Nochmal, beim naturwissenschaftlichen Denken geht es nicht um Wahrheit. Sondern es geht ausschließlich um die Interpretation von Fakten. Und deshalb war naturwissenschaftliches Denken für mich auch nie ein ernsthaftes Argument gegen das Christentum. Wobei ich mich, muss ich schon sagen, natürlich diebisch darüber freue, dass gerade auf dem Feld der Entwicklungsbiologie jetzt mehr und mehr für Schöpfung zu sprechen scheint. Ein zweiter Einwand gegen das Christentum. Kirche, Kirchengeschichte oder Kreuzzüge, Inquisition, Scheinheiligkeit, vielleicht aktuell auch Kindesmissbrauch. Und es ist mir ganz wichtig, dass ihr eines versteht. Ich bin extrem traurig über die Entstehung kirchlicher Strukturen. In meinen Augen weitgehend unnötig. Ich könnte heulen. Über Machtmissbrauch, über Irrlehre, über Heuchelei, wie sie sich durch die komplette Kirchengeschichte durchzieht. Und ich freue mich darüber, von ganz Herzen, dass ich in einer Zeit leben darf, in der es freie Gemeinden gibt. Die zwar vielleicht nicht völlig frei sind, aber doch irgendwie auch ein Stück unabhängiger. Ich habe mich viel mit dem Thema Kirche beschäftigt und es hat mich trotzdem nicht davon abgehalten, mich zu bekehren. Und letztlich sind es wieder drei Gründe, die da ausschlaggebend waren. Punkt Nummer eins, Logik. Wenn ich einen Glauben ablehne, weil er so viel Böses über die Welt gebracht hat, dann müsste ich das konsequenterweise mit jedem Glauben tun, der Böses hervorbringt. Es macht ja irgendwie keinen Sinn, nur das Christentum abzulehnen, aber sich dann hinzustellen und zum Beispiel Atheist zu werden. Ich meine, Atheismus als Glaubensgrundlage für den Nationalsozialismus oder den Kommunismus hat allein im 20. Jahrhundert mehr Grausamkeiten über diese Welt gebracht als das gesamte Christentum in 2000 Jahren. Also wenn ich schon auf die Schattenseiten des Christentums schaue und darauf rumhacke, dann darf ich da beim Christentum nicht aufhören. Das ist für mich einfach nur eine Frage der Integrität. Der erste Punkt war Logik. Der zweite Punkt ist, verzeiht mir die Formulierung, die Schönheit des Christentums. Wenn ich mir das Christentum so anschaue, dann hat es nicht nur die hässliche Seite, sondern auch eine verflixt schöne. Es ist eine Sache, Kreuzzüge zu verteufeln. Kleiner Einschub, aber in Syrien gegen den IS in den Krieg zu ziehen, das ist okay, oder? Ich mag diese Scheinheiligkeit der Menschen. Also nochmal, es ist eine Sache, Kreuzzüge zu verteufeln. Aber man kann von mir aus verteufeln, was Christen auch angestellt haben mögen. Aber dann muss man auch fair sein und zugeben, dass das Konzept der Barmherzigkeit, und zwar in all seinen Facetten, mit dem Christentum in dieser Welt, in der Geschichte erschienen ist. Es waren nicht Heiden, sondern es waren Christen, die die ausgesetzten Babys adoptierten, die Waisenhäuser gründeten und die ersten Krankenhäuser errichteten. Es waren Christen, die sich hingebungsvoll um Arme, Alte und psychisch Kranke kümmerten. Universitäten sind übrigens eine christliche Erfindung, genauso wie das Rote Kreuz. Und an der Spitze im Kampf gegen Sklavenhandel und Sklaverei stand mit William Wilberforce ein Christ. Es mag ja sein, dass Christen in der Geschichte nicht immer das beste Bild abgegeben haben. Dass sie den Willen ihres Herren tatsächlich aus dem Blick verloren haben. Dass sie sich in dogmatischen Streitereien und in noch Schlimmerem verrannt haben. Stimmt alles. Aber wisst ihr was? Ich bin gern Christ. Ich bin gern einer sogar von der ernsthafteren Sorte, die man heute abfällig schon mal als Evangelikale bezeichnet. Wisst ihr warum? Weil ich jetzt in diesem Moment, in diesen Tagen nach New York schaue. Und im Central Park steht ein Zeltlazarett. Und es sind die evangelikalen Christen von Samaritans Purse, die das errichtet haben. Und wisst ihr was? Das ist schon Nummero zwei. Denn seit dem 20. März 2020 gibt es ein anderes Zeltlazarett vor den Toren von Mailand. Selbe Gruppe, die das gemacht hat. Samaritans Purse. Wahnsinn. Und wisst ihr, wer sich genau jetzt um die illegalen, obdachlosen, prostituierten vom Straßenstrich in der Kurfürstenstraße in Berlin kümmert? Hm? Genau. Es sind die Christen vom Neustart e.V. Wisst ihr, Christen machen bestimmt nicht alles richtig. Aber eins wird mir immer klarer. Wenn es hart auf hart kommt, dann sind sie da. Und diese Haltung, da zu sein, sich einzusetzen, diese Haltung haben sie der Welt beigebracht. Und sie tun es, und das ist mein dritter Punkt, sie tun es, weil es beim Christentum um Beziehung zu Gott geht. Und eben nicht darum, einer Kirche anzugehören. Das Reich Gottes ist keine Organisation, sondern es ist eine Gemeinschaft von Menschen. Wahres Christentum ist nicht das Ja zu einer Kirche. Egal ob katholisch oder evangelisch oder protestantisch oder freikirchlich. Wahres Christentum ist ein Ja zu Jesus. Ich will ihn. Er soll in meinem Leben Herr sein. Ich will von ihm gerettet werden. Ich will von ihm lernen, wie man als Jesus Jünger lebt. Ich will mein Leben ausrichten auf ihn. Ich will meine Ewigkeit mit ihm verbringen. Das alleine ist Christ sein. Und deshalb waren die dunklen Seiten der Kirche für mich von Anfang an nie ein Argument gegen das Christentum, sondern bestenfalls ein Beweis dafür, dass nicht alles christlich ist, was sich christlich nennt. Ja, aber dann vielleicht das Thema Leid. Nee, nicht wirklich. Und ich will Leid definitiv nicht verharmlosen. Ich habe letztes Jahr eine ordentliche Portion davon abbekommen. Und das war alles andere als schön. Für viele Menschen ist Leid das eine Argument gegen Gott und besonders gegen einen guten Gott des Christentums. Für mich nicht. Und ich habe auch hier einen logischen und einen inhaltlichen Grund. Fangen wir mit der Logik an. Das Argument derer, die sich das Argument schnappen und sagen, es kann Gott nicht geben. Das Argument geht doch so. Punkt eins. Leid ist immer böse. Punkt zwei. Wenn Gott gut ist, will er für den Menschen nichts Böses. Punkt Nummer drei. Wenn er allmächtig ist, dann kann er alles Leid verhindern. So, wenn jetzt der Mensch also trotzdem leidet, dann zeigt das, dass Gott entweder nicht gut oder nicht allmächtig bzw. wahrscheinlich gar nicht existent ist. So in etwa geht das Argument. Habt ihr gemerkt, wie das Argument anfing? Es fing an mit Leid ist immer böse. Aber stimmt das? Stimmt es wirklich, dass Leid immer böse ist? Wenn mich jemand ganz konkret fragen würde, Jürgen, wie kannst du an einen guten Gott glauben, wenn du all das Leid in der Welt siehst? Meine Antwort wäre Zahnarzt. Also ich gehe nicht sonderlich gern zum Zahnarzt, obwohl ich eine total liebe Zahnärztin habe. Aber selbst meine superliebe Zahnärztin hat schon gebohrt. Und bohren tut weh. Bohren ist Leid. Seht ihr die Logik? Wenn schon meine superliebe Zahnärztin mir Leid durch Bohren zufügen muss, um mir Gutes zu tun, ist es dann so schwer zu glauben, dass auch ein guter Gott weiß, was er tut, wenn er mir und anderen Leid zumutet? Leid ist eben nicht immer böse. Und man könnte viel mehr dazu noch sagen. Leid ist nicht immer böse. Manchmal ist es notwendig. Und damit ist es gut. Es ist unlogisch, aus der Existenz von Leid ableiten zu wollen, dass das Christentum nicht wahr sein kann. Aber gerade das Thema Leid, und jetzt, ich hatte gesagt, am Anfang war es die Logik, jetzt kommt das Inhaltliche. Gerade das Thema Leid macht mir das Christentum in mehrfacher Hinsicht inhaltlich attraktiv. Und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, mein Gott kennt das Leid. Mein Herr, Jesus, ist am Kreuz für meine Sünde gestorben. Er hat gelitten. In 1. Petrus Kapitel 3 Vers 18 heißt es, Spannend. Mein Gott kennt das Leid. Und weil mein Herr das Leid kennt, weiß er, wie es mir geht, wenn ich leide. Und er mutet mir nicht mehr Leid zu, als unbedingt nötig. Und das ist Punkt Nummer 2. Als Christ glaube ich, dass mein Leid nicht sinnlos ist. Leid an sich, wenn man mal ein bisschen nachdenkt, ist eigentlich gar nicht das Problem. Sondern das eigentliche Problem ist die damit verbundene Sinnlosigkeit. Leiden um des Leidens willen ist pervers. Leid an sich kann bei aller Schmerzhaftigkeit brutal schön sein. Und ich denke nicht jetzt hier in Richtung Masochismus. Sondern ich denke daran, dass eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt, leidet. Und doch wird die Freude über das Kind, wenn es da ist, alle Schmerzen vergessen lassen. Wer eine Bachelorarbeit schreibt, der leidet, bis sie fertig ist. Und dann wird doch am Ende dieses Glücksgefühl sich einstellen und man wird froh sein. Also wenn Leid sinnhaft ist, kann man es ertragen. Und genau das sehen wir bei Jesus. Er starb für unsere Sünden und er verspricht uns, dass auch unser Leid sinnvoll ist. Sein Leid war es, unser Leid wird es sein. In Römer 8, Vers 28 heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und das Beste beim Thema Leid, wenn ich es aus dem Blickwinkel des Christentums betrachte, das Beste, diese Welt ist nicht alles. Dieser Ort des Leids wird vergehen und einer neuen Schöpfung Platz machen, in der es kein Leid mehr geben wird und in der Gott uns für das Leid belohnen wird, das wir hier in seinem Auftrag ertragen haben. So, aber es geht um Argumente gegen das Christentum. Und vielleicht noch ein Gedanke, ehrlich, letztes Jahr in der Reha. Ich habe mich oft gefragt, wie schafft man es als Atheist, damit klar zu kommen, dass man so haarscharf am Tod vorbeigeschrammt ist. Wisst ihr, der Tod ist doch eine Realität. Jeder, der da mit mir war, hatte eine Herz-OP hinter sich. Jeder hatte diesen Moment, wo man eingeschläfert wird und hofft, dass man wieder wach wird. Jeder hat vorher gelitten und danach. Und ich habe mich gefragt, wie schafft die Leute das so ganz ohne Hoffnung oder bestenfalls vielleicht mit der Hoffnung, dass alles aus, dass es irgendwie weitergeht. Ihr habt das wirklich nicht verstanden. Ich bin, wenn es um das Thema Leid geht, ganz praktisch gerne Christ. Das letzte Argument wäre dann so das Thema Wunder. Es kann doch heute nicht mehr ernsthaft jemand an eine Jungfrauengeburt glauben oder daran, dass Jesus auf dem Wasser ging oder Wasser zu weinen verwandelt hat. Keine Ahnung, was noch alles. Wisst ihr was? Das war für mich schon immer das schwächste Argument gegen das Christentum. Natürlich kann ich das glauben. Hey, wenn ich an einen Gott glaube, der das Universum in seiner Existenz gesprochen habe, der das Universum in seiner Existenz gesprochen hat, wie heißt es im Psalm 33, Vers 6? Durch das Herrenwort ist der Himmel gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Wenn das so ist, dann ist es ein leichtes daran zu glauben, dass Gott im ganz Kleinen auch mal etwas Besonderes tut. Wenn ich an Schöpfung glaube, daran, dass Gott in seiner Kreativität und Gewaltigkeit alles, wirklich alles geschaffen hat, dann würde ich doch erwarten, dass er das auch weiterhin tut, wie es ihm gerade passt. Also ich glaube an Wunder. Und nicht, weil quantenphysikalisch Wunder als extrem unwahrscheinliche, aber mögliche Zustände beschrieben werden können, sondern weil ich glaube, dass Gott tatsächlich in diese Welt eingegriffen hat und heute noch eingreift. So wie es der Psalmmist schön auf den Punkt bringt, Psalm 115, Vers 3. Unser Gott ist im Himmel und alles, was ihm wohlgefällt, tut er. So, das muss reichen. Es war jetzt nur ganz kurz. Man könnte zu jedem einzelnen Thema viel, viel mehr sagen. Und wenn ihr Fragen habt, traut euch, mir eine E-Mail zu schreiben. Weder Naturwissenschaft, noch Kirchengeschichte, noch Leid, noch Wunder sind für mich ein Argument gegen das Christentum. Aber keine Sorge, mein Thema ist ernst gemeint. Ich habe mir wirklich ernsthaft die Frage gestellt, was ist im Moment mein bestes Argument gegen meinen Glauben. Bitte unterschätzt mir nicht den Wert dieser Frage. Wenn du wissen willst, ob jemand seine eigene Position wirklich durchdacht hat oder ob er nur blind einer Ideologie folgt, dann frag ihn nach dem besten Argument gegen seine Position. Wer nachgedacht hat, der wird dir immer auch Aspekte in seiner eigenen Argumentation zeigen können, die schwach, vielleicht sogar fragwürdig sind. Also wer von vorne herein davon ausgeht, dass sein Denken so gar keine Schwachstellen enthält, dem darfst du herzlich gern wirklich misstrauen. Ich mache das bei theologischen Diskussionen unglaublich gerne. Ich frage einfach mal, sag mal, welche Bibelstellen und welche logischen Schlüsse aus deiner Position sind eigentlich schwach? Also welche Bibelstellen widersprechen vielleicht sogar deiner Position? Und wo musst du zugeben, wenn ich das zu Ende denke, da komme ich zu ganz merkwürdigen Ergebnissen? Und wenn dann, am besten noch so im Brustton der Überzeugung, jemand sagt, keine, dann darfst du wissen, dass dein Gegenüber wahrscheinlich noch nicht lange genug nachgedacht hat. Wieder zurück. Was ist mein bestes Argument gegen das Christentum? Mein bestes Argument findet sich interessanterweise schon in der Bibel. Es ist nicht ganz neu, sondern es begleitet den nachdenklichen Menschen seit wenigstens 3000 Jahren. Ich finde mein Argument in Psalm 8, Vers 4 und 5 und ich lese den Psalm mal vor in zwei Übersetzungen. Wenn ich anschaue, deinen Himmel und deinen Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, nochmal in einer anderen Übersetzung. Wenn ich den Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, anschaue, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Das ist mein bestes Argument gegen das Christentum. Ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt, aber so wenig ich mit Naturwissenschaft, der Kirchengeschichte, dem Leid in der Welt oder dem Thema Wunderprobleme habe, so sehr bringt mich die Tatsache, dass Gott sich überhaupt um den Menschen kümmert, ins Krügel. Warum sollte er das tun? Und jetzt gibt es bei der Frage nach dem Warum einer Sache einen Trick, wie man die Antwort herausfinden kann. Man schaut sich einfach das Ergebnis an. Also warum haben wir in der Gemeinde den Sand aus dem Sandkasten entfernt, genau, um ihn gegen Neuen auszutauschen. Das Warum erklärt sich häufig aus dem Ergebnis. Aber bei meiner Frage mit Gott hilft mir das irgendwie nicht weiter. Ich sehe das Ergebnis, aber es beantwortet nicht meine Frage. Was feiern wir an Ostern? Wir feiern an Ostern die Auferstehung Jesu. Aber Auferstehung ist nicht nur ein Schlusspunkt, sondern er ist Schlusspunkt einer viel größeren Geschichte, nämlich der Geschichte einer Rettung, einer Rettungsaktion. Gott will den Menschen aus seiner Verlorenheit retten und er tut das, indem er selbst Mensch wird, gut 30 Jahre ein vollkommenes Leben führt und dann am Kreuz für die Menschen stirbt. Gott wird verflucht, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben finden kann. Gott gibt sich. Gott gibt sich, um Menschen von ihren Sünden zu retten. Und dann wird dieses Opferlamm Jesus an meiner Stelle geschlachtet. Grausam, aber effektiv. Und der einzige Weg für Menschen, um Sünden loszuwerden und Rettung zu finden. Die Alternative ohne Jesus ist der ewige Tod. Das, was die Bibel Hölle nennt. In dem Konflikt Leben oder Tod stellt sich Gott auf unsere Seite und wird mit seinem Tod zum Lebensretter. Von Ostern an ist der Weg zu Gott für jeden frei, der glaubt. Seit Ostern gibt es Auferstehung. Seit Ostern gibt es einen Auferstandenen. Seit Ostern gibt es einen, der mit offenen Armen darauf wartet, dass wir seine Vergebung im Glauben annehmen und seine Jünger werden. Wenn Jesus von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Dann klingt das einerseits total exklusiv, andererseits aber ist es genau das, was wir brauchen. Die Gewissheit, dass einer den Weg zu Gott frei gemacht hat, dass einer mir wirklich die Wahrheit sagt und mich zum ewigen Leben führt. Also ich sehe, was hinten dabei herauskommt. Gott schenkt der Menschheit die Möglichkeit, ewige Gemeinschaft mit ihm zu genießen. Die Bibel spricht von einer neuen Schöpfung, die auf uns wartet. Eine Schöpfung, wo wir völlig ohne Leid und ohne Tod und ohne Krankheit und ohne Schmerzen mit Gott leben. In einer Qualität, die unsere kühnsten Träume übersteigen wird. Aber die Frage, warum sollte Gott das wollen? Also meine Frage, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Ja, hinten kommt raus, Gott bekommt Menschen, die mit ihm die Ewigkeit verbringen. Aber warum sollte er das wollen? Mein Haupteinwand gegen das Christentum ist, es ist zu gut, um wahr zu sein. Paulus schreibt über dieses Paradoxon im Römerbrief. Er schreibt das in Römer 5, Vers 7. Er sagt, man könnte vielleicht gerade noch nachvollziehen, dass man für einen gütigen Menschen, also für einen, der viel Gutes getan hat, dass man für so jemanden sterben könnte. Das kann man gerade noch verstehen. Aber, und dann fährt er fort, Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Also Gott stirbt für Sünder. Wir waren nicht die Gütigen, die Guten. Wir waren die Bösen. Und trotzdem hat sich Gott um uns gekümmert. Warum? Und jetzt ganz ehrlich, ich habe keine Antwort. Mein Haupteinwand gegen das Christentum ist tatsächlich der, dass es zu gut ist. So viel Liebe ist einfach nur surreal. Warum Gott mich will, warum es für ihn ein Plus darstellt, eine Ewigkeit mit mir zu verbringen. Warum Jesus für mich bereit war, seine Göttlichkeit aufzugeben, am Kreuz zu sterben, für die Schuld meiner Sünde zu bezahlen, um mir dann noch, das wäre das Größte, von der Qualität seines Auferstehungslebens abzugeben, damit ich ewig leben kann. Das ist einfach zu viel. Das ist einfach viel zu viel. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass Gott selbst genügsam ist. Er mich also gar nicht braucht. Eigentlich mache ich ihm nur Mühe. So viel Liebe ist einfach nicht normal. Sie ist für mich intellektuell nicht nachvollziehbar. Und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, kann es sich bei dem ganzen Christentum nicht einfach nur um Wunschdenken handeln? Aber auch das will nicht so richtig funktionieren. Weil Gottes Liebe auch die Grenzen der, ich sage mal, der Religionen oder des religiösen Denkens sprengt. Wenn ich mir alle anderen Religionen anschaue, dann funktionieren die alle nach dem gleichen Prinzip. Etwa so, hier sind die Regeln und wenn du dich dran hältst, dann ist Gott mit dir zufrieden. Das gilt für alle Religionen, nur nicht für biblisches Christentum. Und ich sage ganz bewusst biblisches Christentum, denn es gibt auch im Christentum Strömungen, die mehr in Richtung Selbstgerechtigkeit tendieren. Aber im biblischen Christentum, da wo ich die Bibel ernst nehme, da geht es nicht darum, dass ich Regeln einhalte, um Gott zu gefallen oder Gott zufriedenzustellen. Gott wird nicht Mensch, um mir Regeln zu geben. Gott wird Mensch, um mir zu zeigen, dass ich es alleine, egal wie sehr ich mich anstrenge, nicht schaffen kann. Das Kreuz war nötig, weil der Mensch zu schwach ist. Statt Regeln gibt Gott mir sein Leben. Und von mir verlangt er nicht mehr, als dass ich zugebe, ich schaffe es nicht. Das ist das, was Gott hören möchte. Nicht und noch ein bisschen und noch eins oben drauf. Ich schaffe es nicht. Das ist das, was Gott hören möchte. Dass ich mich an ihn wende und sage, Herr, rette mich. Und dass ich anfange, an ihn zu glauben. Und diese Idee ist so einmalig in der Religionsgeschichte, so fundamental anders, als wir Menschen eigentlich ticken. Dass ich bei allem Grübeln den Eindruck habe, dass sie tatsächlich kein menschliches Wunschdenken ist, sondern dass sie himmlisch sein könnte. Könnte es sein, dass wir viel radikaler denken müssen, wenn wir 1. Johannes Kapitel 4 Vers 16 lesen. Dort heißt es, Gott ist Liebe. Aber muss es nicht zwangsläufig zu kurz greifen, wenn wir mit menschlichen Begriffen Gott beschreiben? Wir sagen, Gott ist Liebe, weil wir nicht mehr sagen können. Liebe ist einfach das Beste, was wir in dieser Welt zu bieten haben. Aber was, wenn Liebe, so wie wir den Begriff füllen und verstehen? Was, wenn dieser Begriff nicht mehr wäre, als eine ganz müde und unzureichende erste Näherung? Was, wenn im Charakter Gottes eine Qualität von Zuneigung existiert, die wir nicht mehr verstehen können? Die uns, weil wir zu solcher göttlicher Zuneigung nicht fähig sind, auch nicht mal denken können? Da ist dieser Sprung zwischen uns und Gott. Was, wenn Gott etwas besitzt, was wir Liebe nennen, aber weit darüber hinausgeht, was wir als Liebe kennen? Wenn er uns auf eine Weise zugetan ist, dass es uns nur noch verwundern kann, dass wir nur noch überfordert sind, dass uns Gott als Gott mit sich konfrontiert und unser Denken mit seiner Güte einfach sprengt. Und so bin ich am Ende angekommen. Mein bestes Argument gegen das Christentum lautet so, es ist zu gut, um wahr zu sein. Und ich verstehe jeden, der sagt, dass einer mich so liebt, wie ihr Christen das an Ostern feiert. Das kann ich nicht glauben. Und ganz ehrlich, das bin ich auch nicht wert. Aber gleichzeitig möchte ich heute, Ostersonntag 2020, ich möchte Mut machen, Gott auszuprobieren, weil er der Gott ist, der seine Liebe nicht für sich behalten will. Wie es in Jeremia 29 in Versen 13 und 14 heißt, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Gott ist ein Gott, der sich und seine Liebe geoffenbart hat, um gefunden zu werden. Und genau das ist Ostern. Amen.